Bei den Trainingsanheiten, Explosiv-Koffeln. Das ist wie umsetzen. Ja, genau. Plus die Komponente, dass sie der heute wird. Ja, super. Explosiv. Komm. Schieb mal auf. Streck dich. Streck dich. Komm. Ja, schön war der. Ja. In so einer Vorermüdung ist das schon ziemlich schwierig. 3 auf jeder Seite, oder? Genau, 1 auf jeder Seite. Aber ich komm. Scheiße. Komm. Griff, fest, gescheiter Griff. Genau. Tun wir zusammen und dann auch den Motorpult. Ja, der war schön. Okay. Der schneide Fisch auch so. Ja, ja. Ich bin letztendlich mit ihm richtig gegangen. Das läuft mir so mit Zalager. Die Räne. Leck mich am Arscher. Geschäfte. Kann man das nicht? Ich bin jetzt halt einer. Die Bäder, die sind schön. Die sind gut. Sauber mach. Es macht so viel, dass sie nicht explosiv bringen. Komm, komm, komm. Ja, gut. Ja, wenn man noch so sagt. Das geht alles bei dir. Ja, gut. Es geht wieder locker. Da wir kommen.